Hallo liebe Querdenken-Gemeinde. Der jüngste Bruder von Präsident Donald Trump, Robert Trump, ist heute Nacht in einem Krankenhaus verstorben. Wir wissen, dass Millionen Menschen weltweit in Gedanken bei dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sind. Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.